Musik 200 Meter Entlauf mit Machova, mit Dusik, mit Koch, mit Baptiste und mit Fader. Nachzutragen ist die Delta Jena gewandt nach Auswertung der Zielfotografie in 6.63 vor HSBRD 6.64 und Atanasov Bulgarien 6.66. Im Dreisprung steigerte sich Musienko noch auf 17,12 Meter und nun also die 200 Meter. Und nun Aufmerksamkeit für Marita Koch. Das ist sie. Die Weltbeste. Die Weltrekordlerin über diese Distanz. Jean-Baptiste, Großbritannien. Der Bahn 4. Und hinter ihr also Marita Koch. Eltspader ganz links, ganz außen auf der Bahn 5. Marita Koch links. Das ist ihre Weltbestleistung in der Halle. Gelaufen in Senftenberg. Und hier war sie vor einer Woche einhundertst langsamer. Marita ist gut genug, wieder in die Nähe dieser Marke zu laufen. Es hat einen Sturz gegeben durch Machova aus der Innenbahn. Aber vorn läuft Marita Koch dem Sieg entgegen. Keine Frage. Im Scheitelpunkt der Kurve hat sie 5 Meter Vorsprung vor den nächsten. Eine Riesen-Dessanz bei einer sehrartig kurzen Entscheidung. Achtung, Zeitrafe, das Ziel, 22,39. Eine Superzeit, eine Superzeit. Neue Weltbestleistung. Ich hätte fast drauf wetten können. Marita Koch ist so gut wie die Verhalten im Semifinale. Und nach der Riesenzeit von Bettine Gertz, der 7,75 dieser Weltbestleistung, nun eine neue durch Marita Koch. Die Supersprinterin aus Rostock. Genießen wir diesen Lauf in der Zeitsuppe. Im Prinzip hat sie hier schon gewonnen. Nach 10 Metern liegt sie schon deutlich vorn. Innen der Sturz rechts. Reisa Machova. Schade. Zwischendurch nur den Beifall erklären. Tränen hat über 2,27. Wir konzentrieren uns auf dieses Rennen. Unwahrscheinlich Marita Koch. Sie war drei Wochen verletzt nach ihren 7,08 über 60 Meter in Senftenberg. Nun ist sie wieder superklasse. Da ist sie im Ziel mit neuer Weltbestleistung. Die zweite Goldmedaille am heutigen Tag für die DDR. Die UDSSR hat drei gewonnen. Denn auch das 5 Kilometer gehen ging an die UDSSR. Ja, ein wunderbarer Auftakt des heutigen Tages. Die Neufei. Musik 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 Musik